Schauen Sie das mal an. Was ist das denn? Was kann das denn sein? Keine Ahnung. Haben Sie Fehler gemacht, die Ihnen kein zweites Mal passiert werden? Ich war überzeugt von meiner Sache. Diese übermäßige Sicherheit verwandelte sich in Selbstsicherheit. Alle reden immerzu von Fehlern, von Gorbatschows Fehlern. Doch wer ist schon so talentiert und in der Lage, mit dem Allmächtigen in Konkurrenz zu treten? Oder mit dessen bevollmächtigten Stellvertreter? Niemand. Das geht uns doch allen so. Vieles gelingt einem und vieles gelingt einem eben auch nicht. Und dann muss wieder rangegangen werden. Manchmal auch mit Vollgas. Und manchmal müssen eben die Füße stillhalten. Und was ist mit dem göttlichen Gericht? Doch gibt es ein göttliches Gericht, ihr Lieblinge des Lasters. Es gibt ein furchteinflößendes Gericht. Es erwartet euch. Jetzt können die Füße noch ein ganzes Gericht machen. Und dann ist die Füße mit dem Änderungsantrie. Und wir können jetzt noch mit dem Änderungsantrie. Und dann können Sie in der 180ера und mindestens ein bisschen nachvollziehen. Und dann würde ich Sie auch noch etwas wie das? Und dann würde ich Ihnen kommen. Vielen Dank.